Hallo meine Freunde zu einem neuen Video. Wir sind hier jetzt gerade bei einer Verfolgungsjacht. Und ja natürlich auch mit einem Freund zusammen in einem richtig richtig geilen Wagen. Und die Polizei ist hier und befolgt uns. Und jetzt werden wir sie abschießen mit drei Sternen. Oh da sind gar kein Polizeiauto. Aber vor uns. Das hier. Oh das ist ja das hier. Wow. Der hat so einen richtig gerannt. Yay. Er fährt das Auto. Müssen wir so hochschreiben. Helikopter. Tschüss Helikopter. Ah. Vier Sterne. Was passiert hier? Oh. Oh. Zurück. Hopp. Fahr zurück. Wir werden heute auch noch hacken. Ja. Ihr denkt euch jetzt was? Was? Wir werden euch hacken ja. Aha. Ja. Ich habe einen Trick zu finden im Youtube. Wie man kann hacken. Und dann werden wir das jetzt nicht machen. Ach. Aber jetzt. Ach. Terikopter. Oh. Oh. Mega. Oh nein. Seckhohhhh. 36 mit ihm zusammen fahren wir hier jetzt gerade. Oh. Oh, und die Sterne sind weg. Hallo, du hier. Ach, oh, oh, oh. Seko. Drei und, nein, 36. Bitte lass mich wieder rein und ich bin wieder drin und das könnte man wieder neu machen. Weil unsere Rache ist kaputt. Oh, Tora. Wir haben fast keine Munition mehr. Wir fahren irgendwo hin. Ah, wir gehen das Ganze tunen. Wir sind schlau. Okay, er ist schlau. Ich bin nicht zu spüren. Hallo? Ja, hallo? Fahre ich die Rache mit dir zusammen? No. Ja. Seko 36, bist du da? Bist du Seko 36? Seko 36, bist du da? Ja. 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 Hallo! So, wir fahren jetzt durch die Wohnung in die Werkstatt. Da hoch! So, jetzt sind wieder alle Räder. Geil. Wir machen Licht. Hat er viel? Cool. Ich glaub, er hat schon noch viel. Scheinwerfer sind richtig cool. Oh, und jetzt gehen wir auch raus. Warte, ich markiere uns. Schnell, schnell was. Ja, genau, du sollst zurückfahren, wie ich es dir habe angezeigt. Du lehnst ja sehr, sehr schnell. Seko 36 ist auch nicht so. Ich finde ihn cool. Und ich mache hier jetzt einen Überfall. Okay, ich kann nicht reingehen. Was bedeutet, ich mache einen Ladenüberfall. Top! Kohle raus! Hörst du mich? Kohle raus! BAM! Ich mache mein' mein' das. Das Maschine. Die Maschine von hier wird. Wird schnell eingesetzt. Und bei ihm muss man immer auf ... ... passen, weil ein Paar passiert. Ich wusste es, weil, yo, danke für das, danke Seco 36 für dieses coole Auto mit Fahrgast, sehr cooles Taxi. Hoffentlich hat, wir, oh, drei Sterne schon wieder, das ging aber schon, hoffentlich hat, hier, bei meinem, an, bei, oh mein Gott, was passiert hier, und jetzt haben wir schon wieder die Sterne nicht, Hey, 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 Wie kann sie das? Hä? Ich merke hier ein Ort, es war den Ort hier. Hier abbiegen. Ja, yo, jetzt gehen wir ins Gefängnis. Okay, wir sind da ein bisschen verrückt, weil wir, sagen wir, sagen wir, sagen wir, okay, das war doch genug Aufwand, das wir haben gemacht. Das ist ein Mann, wo wir mitfahren, oder? Warte. Warte. Ja, das ist ein Mann. Ja, schon wieder. Ganzer Scheibe. Oh, kaputt. Macht mit. Hm, 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 hm. Die Sterne gehen weg. Doch, das will ich nicht haben. Ich will noch mehr. Oh. Hey. Ich habe ihn abgeschossen, er ist tot, weil er mich einfach hat ausgesetzt. Ich kann nichts rein gehen, blöde. Er ist wieder hier aufgerichtet. Er hat uns getötet. Natürlich. Also tschüss und bis zum nächsten Video. Vielleicht noch heute. Ich hoffe, er spricht hier jetzt gerade noch. Wenn es hört, vielleicht. Also tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschau. Euer Artko.